Moin Moin! Mein Name ist Heinrich der Löwe, ja und wir spielen wieder World of Warships mit der Bayern und dies ist auch wieder ein Szenario und zwar verteidigt Fort Newport. Gleich dazu mehr, denn gleich erzählt wer was. Viel Erfolg! Versuchen Sie kein einziges Schiff zu verlieren und schätzen Sie unsere Basis-Strukturen. Aufklärungsberichte zeigen, dass der Hauptangriff in 10 Minuten beginnt. Wird der äußere Verteidigungsring durchbrochen, beginnt der Angriff früher. Genau, der äußere Verteidigungsring ist das hier. Wenn ein Gegner durchbricht, dann kommt der Großangriff gleich, wird der Hauptangriff. Nebenbei müssen wir halt diese Geschütztürme müssen am besten am Leben bleiben. Die Schiffe, die die Geschütztürme reparieren müssen, am besten am Leben bleiben. Ja, und mindestens die Hälfte von unserer Gruppe müsste auch am Leben bleiben. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich das spiele und ich habe es erst einmal geschafft, aber auch nur mit zwei Sternen. Ich bin vorher gestorben, aber das Team hat gewonnen, aber ich habe nicht weiter zugeguckt. Vier Stützpunktkommandant! Tender erreicht die zweite Batterielinie! Ja, und die anderen dreimal quasi verkackt, gnadenlos. Feuer frei! Und alles daneben! Schade! Wichtig! Und alles daneben! Wichtig! Ich bin jetzt. Wichtig! 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 Oh, hier liegt ja schon ein Schiff. Zweiter Angriff. Mit zwei Zerstörern, zwei Schlachtschiffe und einem Flugzeugträger. Oh, ein Kreuzer hat es schon zerlegt. Tender hat Batterie 1 erreicht. Repariert Batterie. Also die Geschütze, die repariert er gerade. Ich finde es scheiße, dass wir schon wieder ein Schiff verloren haben. Aber gut, dieses Mal mit zwei Zerstörern. Letztes Mal hatten wir ein Urgang. Und das eine Mal, dass ich durchgekommen bin, da hatten wir einen Flugzeugträger. Verkackter Nebel. Was für die Reichweite? Oh, komm, hau drauf da. Sperrfeuer. Na ja, zu kurz. So, aber als nächstes möchte ich lieber auf den Zerstörer, auch wenn das so müssen, ja, wird eine Witte auf deine Piep mal zu schießen, ist aber ist egal. Der muss zerstört werden. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Ah, zu kurz. Ah, zu kurz. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Nein, die haben unseren auch versenkt. Ah, scheiße. Den hätten wir noch gebrauchen können. Dritter Angriff beginnt. Gegnerischen Flugzeugträger gesichtet. Ja, einen nehmen wir mit, mindestens. Wir haben einen Weg unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen sehr wohl. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Problem gelöst. Ah, das sind unsere eigenen. Oh Gott sei Dank, ey. Nee, ist doch einer. Ah, 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 stopp. Volle Maschinen, stopp, volle Maschinen, stopp. Yes. So, jetzt kämpfen wir gegen die dritte Welle. Zwei Minuten und, äh, 45 Sekunden haben wir noch. Für die nächsten. Für den Hauptangriff. So, haltet alle durch, Mensch. Ja, brenn ruhig. Brenn ruhig. Brenn. Komm, 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 komm. Yes. Torpedos voraus. Oh, da brechen's, brechen's schon wieder durch. Ich möchte einmal doch mal diese Scheiße schaffen wieder. Zu kurz. Kacke. Eine Minute, sieben Sekunden. Er haltet sie von dieser Linie weg. Ah, zu kurz. Los, los. Ballert auf ihn, ballert, ballert. Es ist der letzte. Los, 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 los. Oh, das gibt's nicht. Er kommt durch, er kommt durch, er kommt durch. Yes. Yes. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Unser Träger ist erfolgreich ins Kampfgebiet gefahren. Yes. Ah, da hast du Flugzeugträger nicht mehr beschützen müssen, glaube ich. Verteidigen Sie den verbindenden Träger. Das heißt, von links kommen gleich Feinde. Alle Kustenanlageversorgungsschiffe müssen in der Basis überleben. Wir waren so wenigstens drei der Schiffe. Ah, wir werden schaffen. Gegnerische Kreuzer sind ins Kampfgebiet gefahren. Sie jagen unseren Flugzeugträger. Hier Aufklärung. Hauptangriff beginnt. Ja. Ich bin gespannt. Ach, Entschuldigung, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Bin nervös, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Machen wir uns mal bemerkbar und sagen Hallo. Mein Flugzeugträger, lass den mal schön heile. Ich nehme erstmal die HE-Munition, um die anzufackeln. Jetzt aber, er brennt ja schon. Ja, von hinten haben wir auch Ärger. Erstmal möchte ich mich zwischen den und den, äh, ja, Flugzeugträger stellen. Die Aufmerksamkeit von den beiden habe ich ja wahrscheinlich schon. Aber ich hätte gerne auch von den Herren die Aufmerksamkeit. Schlechte Treffer. Ah, Zerstörer kämpft noch da. Ist gut. Mal zu kurz, ne? Schön abfahren, Bayern. Schön abfahren. Komm, 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 komm. Ja, er ist hinten. Da hat er gut gemacht. Ups. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber ist egal. So, jetzt drehen wir uns mal schnell. Äh, ups. Einmal mal weggucken, bitte. So, jetzt bin ich jetzt auf meinen Desktop gekommen, ey. So, ne, wacke. Das ist mir wohl schon das zweite Mal passiert. Wenn jemand mal eine Idee hat, wie man das verhindern kann, dass ich auf den Desktop komme, weil ich habe hier überall, als Spiel über zwei Monitore. Ah, Fenstermodus mal gucken. Aber ich glaube, das war es nicht. Gegnerische Schlachtschiffe gesichtet. Okay. Gegnerische Kreuzer gesunken. Der ist auch hin. Ich sehe jetzt fünf Schiffe noch. Und wir sind zu viert. War nicht da rechts noch ein Flugzeug? Ne, gar nicht. Ja, zerstört. Bayern gegen Bayern. Käpt'n Ulrich. Den machen wir fertig. Ja, komm, da weißt du, wo ich bin. Ne, komm, drehen. Kein Risiko. Ich muss zurück. Ich lasse die Bayern am Leben. Wir kümmern uns um den nächsten. Die I2. Und fahren weiter zurück. Das ist mir natürlich auch schon ein, zwei Mal passiert, dass ich mich einfach zu sehr von meinen Kollegen getrennt habe. Und dann wundert man sich, dass man auf die Nase kriegt. Schade, mal einen Treffer. In fünf Minuten. Es ist mir eigentlich scheißegal, Hauptsache wir gewinnen. Und dann fahren wir mich da vor. Und dann können wir gleich die Bayern auch nochmal abfangen. Ah, den kriegen wir glaube ich nicht mehr. Ne. Bayern gegen Bayern. Das Battle. Ich habe so einer Batterie ausgefallen bei ihm. So, Nahkampf war auf fünf Kilometer. Lässt du mal unsere mittlere Batterienruhe. Schade, das war ich nicht. Und die König könnte jetzt wirklich die letzte sein. Oder der letzte Gegner auf jeden Fall. Das wäre echt toll. Na, kommt was an, kommt was an, kommt was an. Na, einer ist ja. Ja, ist weg. Achtung, Gegner besiegt. Auftrag abgeschlossen. Hervorragend. Wuhu. Ja. Nice. Endlich mal lebendig abgeschlossen. Ich glaube, beim ersten Mal, als ich es geschafft habe, war ich tot. Fünf Sterne. Na, Halleluja. Das war geil. Bam. Newport is safe. Krass, ich dachte mir schon irgendwas, wie er nicht hinkriegt. Verteidigen sie auf dem Nudel die Träger. Zerstören sie in den Subway. Wir brauchen sie in den Kilometer. Ja, lief doch ganz gut. Aber, naja, viele Schiffe habe ich nicht versenkt. 97 Schaden, äh, 1000 Schaden. Ein paar zerquetschte. Joa. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Die Szenario sind super. Aber wie gesagt, wenn ich meistens immer eins gespielt habe, mit 4, 5 Sternen, habe ich meistens auch schon keinen Bock mehr. Seestern. Erbar persönlich. Schließen sie das Unternehmen. Und alle Zusatzaufgaben ab, überleben sie bis zum Ende des Gefechts und verursachen sie Schaden in Höhe von mindestens 100% ihres, äh, ihres, äh, tp ihres Schiffes. Ich glaube, ich meine, ein Schiff hat 56.000, das heißt, mindestens 56.000, so als Beispiel. Ja. War cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ähm, ich glaube, die Mission, ach ja, hier steht es, ja, nee. Ich glaube, auch wieder für sieben Tage. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ich glaube, bis zum 15. 17. vielleicht geht das. Also, wenn ihr das Szenario selber spielen wollt, noch ist es möglich. Die nächsten Tage auf jeden Fall möglich. Und, ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo wäre noch cooler. Und, ja. Dann öffne ich jetzt mir ein Bier. Hm, was trinken wir denn? Ja, das ist ja egal. Ich denke mal dunkles Paul Launa Weizenbier. Das haben wir uns verdient mit der Bayern. Das haben wir uns verdient. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.